Hallo und herzlich willkommen zu The Walking Dead Season 2. Wir sind jetzt in der zweiten Staffel dieses wunderbaren Spiels. Ich finde das Menü ist ziemlich laut. Ich weiß nicht, ich habe es schon etwas herabgeregelt. So finde ich es fast schon besser. Ich kann das ja für euch wieder aufregeln, falls ich dann eine Durchhörung beim Einstellen sehe. Naja, das ist euch zu leise. Meine Stimme wird ja extra aufgenommen. Von daher, das ist ja auch egal. Das ist so ein bisschen der Blick hinter die Bühne. Bei uns geht es jetzt weiter. Ich bin gespannt überhaupt, womit es weitergeht. All dieweil ja das Ende ziemlich abrupt, hart war. Das passierte ja dann in der letzten Folge ziemlich viel auf einmal. Hoffentlich sehen wir die gute Clementine wieder und hoffentlich geht es ihr gut. Das sind so zwei Sachen, die ich gerne hätte. Aber in dem Spiel wissen wir ja, harte Entscheidungen, harte Maßnahmen und schreckliche Dinge, die geschehen. Das sind ja an der Tagesordnung. Wir wissen nie, was passiert. My Scheusses kann ich noch nicht einsehen, aber ich kann auf Play drücken. Ich sehe, das Menü ist auf Englisch. Ich weiß nicht, war das im Alten auch auf Englisch? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das ganze Spiel jetzt auf Englisch. War es ja vorher auch, aber ich weiß nicht, ob wir den Text vielleicht auf Deutsch hatten. Bin mir da gar nicht mehr so sicher. Schöpter 1. All that remains. Ja, starten wir. Wir schauen nicht, wie die anderen Chapters heißen. Das wäre ja etwas entschieden. Wir starten in Episode 1 von Season 2. Ach, wir können die Spielstände aus Season 1 importieren. Ja. Gerne? Tue er dies. Save file found. Ähm, ich. Ach Gott. Ja, okay. Jetzt sollen wir uns ein Save, äh, aussuchen. Äh, Completed Season 1. Ja, das, das hier hätte ich gerne. Gott, da ist Kenny tot, da ist Betty tot. Ich hoffe, das waren nicht irgendwelche Sachen. Ja. Ich weiß, wie du bist. Und ich weiß, du bist ein Killier. Das ist wie das Welt funktioniert jetzt. Lee, sind diese Schleifte tot, was du? Ich hoffe, dass du wissen, was du mit ihr machst. Ich habe es. Molly sagt, Crawford ist der einzige Ort in Savannah, der noch hat Menschen. Das bedeutet, dass es dort meine Mutter und Vater ist. Okay, du kannst kommen. Aber du musst dich sagen, um zu bleiben zu bleiben. Clementine? Clementine! Oh, nein. Ich weiß, wie ein Vater sein, duißt. Oh, Gott, oh Gott. Ja, hartes Ende war es. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen. War es auch. Tiltor Games präsentiert. In Zusammenhalt mit Skybound Entertainment. Oh! Schockschwere Not. Die kleine Clementine. Alles, was zurückbleibt. Episode 1. Oder alles, was uns noch bleibt. Ja! Ja! We are not doing that. Why not? Because... Omid und Krista. Ja, sehr gut. We are not calling our baby Omid. One of you is enough. Clementine, a little help here? Gerne. Ja, der richtige Späuchlein. We are not going to be the future. Keep talking, and you'll be sleeping in the rain tonight. Remember that time in Barstow? Vegas weekend. Why don't you... Get cleaned up in the girls room, Clem. I hope the sink works in there. I wouldn't count on it. Just be careful and make sure to keep track of your things. We'll be right next door. Okay. Richtiges Späuchlein hat sie. Warum geht sie wirklich in die Herren-Toilette? Hello? Oh je. Okay, das Interface sieht ein bisschen anders aus. Das haben wir vorhin schon gesehen in der Auswahl. Das ist nicht mehr so mit Kreis und solchen Geschichten. Dafür haben wir jetzt hier einen Kreis. Das ist tatsächlich etwas ekelhaft. Was ist das? Oh, Hasi! Sie hat wenigstens saubere Klamotten an, als sie sie gefunden haben. Man muss sie ja ausgesehen haben. Wir haben sie ja mit Blut und Darm eingeschmiert, damit sie von den Zombies nicht erkannt wird. Aber das sieht schon alles wieder nett aus. Sie hat auch nicht mehr den roten Pullover von dem Verrückten an. Jetzt im Nachhinein fällt mir ein, jetzt sind wir tot. Aber wir haben ja alle die ganzen Bösewichte am Leben gelassen. Wir waren ja immer so nett und freundlich und haben immer gesagt, Ah, komm, hier eine zweite Chance im Leben ist wichtig. Ja, jetzt ist Clementine alleine und das ganze Böse läuft frei herum. Was haben wir getan? Ich glaube, es war trotzdem die richtige Entscheidung. Bereue nichts. Fast nichts. Gut, niemand ist hier. Ich glaube, es ist sicher, dass sie sich gepackt werden. Na, dann. Böse Dreckiwa. So um die Nase rum. Wir probieren erstmal. Vielleicht, vielleicht funktioniert er ja. Vielleicht. Okay. Ach, jetzt. Ja, das war klar, ne. Wir haben keine Untertitel, sehe ich gerade. Können wir da was gegen tun? Äh, Hilfe und Option. Audio und Video. Ach, Mensch. Hier. Schalten wir die mal ein. Das ist dann selbst für die Leute, die Englisch vielleicht sprechend nicht so schnell verstehen. Ich werde da jetzt auch nicht weiter drauf eingehen und nicht groß die Übersetzungsorgie starten, sondern, ich verstehe es ja. Äh, hoffentlich. Und einfach drauf losspielen. Ne, das war viel zu offensichtlich, wie die Kamera auf die Waffe ging. Das gefällt mir auch gar nicht. Ja, also bist du gleich wieder hübsch. Oh, schau. Warum kann ich die Waffe nicht nehmen? Nimm sie mit. Bitte nimm sie doch einfach. Ja, es ist nach hinten gerollt. Die kennen wir nicht. Das ist weder Christa noch Omid. Wie solltest du die Waffe schnappen sein? Ganz still. Oh, oh. Wie solltest du die Waffe nicht nehmen? Komm, dir bleibt doch nichts anderes übrig. Jetzt hat sie deine Waffe. Ich habe gesagt, nimm die Waffe, Mädchen. Aber auf mich hört ja keiner, ne? Würde ich da draußen sein, ich wäre schon längst tot. Was für eine böse... Oh, was ist denn das für eine dumme Schlampe? Ja, Entschuldigung, aber ganz ehrlich. Das macht man nicht. Wie kann man nur so bösartig sein? Das sind... Das ist Omid, oder? Ja. Kann man sie ablenken? Lenk sie ab. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Ich wollte dich nicht ablenken, ich wollte dich nicht ablenken. Ach nein. Und wer ist schuld? Wir sind schuld. Unsere Waffe. Na, das geht ja gut los, Kinder. Das könnt ihr noch nicht machen. Die einzigen beiden, die noch irgendwie... Ja, schön, das ist klar. Das ist The Walking Dead, so wie wir es kennen. Ja. Toll. Toll. Ganz großes Kino. Weiteres Kind, das ohne Vater jetzt aufwachsen darf. Wäre es schon 16 Monate später. Das ist viel. Alter. Das wäre groß geworden. Ach, Christa. Christa, sprich mit mir. Die ist gar nicht schwanger. Das wäre großartig. Das wird niemals funktionieren. Schau mal. Es ist pathetisch. Die Wald ist zu wettbewerb. Es ist mehr schmuck als die Flamme. At this rate, we'll be eating this for breakfast. What else can we do? Find something that'll burn, maybe. I don't know. Won't be easy in the dark and in the rain. You should be doing this, not me. Tending a fire so you can cook and stay warm. It's something you have to be able to do, Clementine. Otherwise... We can't stay in one place too long. It's too dangerous. We need to keep moving. All we do, all we have ever done is move. But we never seem to get anywhere. I'm freezing. You think this is bad? Wait till we get up to Wellington. Then talk to me about cold. If we make it. We still have a couple hard months ahead of us. This rain will turn to sleet. Then ice. Then snow. It won't be easy. It's also very nice. Hard geworden. Is it safe there? It's safer than here because of the cold. Or so they say. We just need to keep moving north. They have not given up to us, but they are quite bitter. They have not given up to us, but they have been very bitter. It's coming to me at least before. We need to get to Wellington. We'll try the best we can. Yeah, Omeet wollte ich jetzt nicht erwähnen. Das wird's nur noch tiefer. Keep the fire lit. Was soll das eigentlich, ist das ein Hund, ein Kaninchen, ein Wombat? Was ist das? Katze? Ein Bild von dem guten... Ist das nicht das Bild von der Familie? Dass sie auseinandergerissen hat in dem Shop, in dem Drugstore. Ach ja, und Kenny und seine Familie. Duck und Katja. Ach, Mann. Ein Leiter, Mensch. Also ein Feuerzeug. Oh, ein Sturmfeuerzeug. Die ist ja gut ausgerüstet, die Kleine. Von wegen nur Müll. Gehen wir mal in der nächsten Folge hin. Ich sehe, es ist schon wieder. Über der Zeit. Aber da das die erste Folge ist, ist das nicht so schlimm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ja schon wieder ein Start. Ach Gott. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao. Es hat euch gefallen.